Allerheiligen ist in NRW ein gesetzlicher Feiertag, in Niedersachsen nicht. Deshalb werden am kommenden Montag wieder zahlreiche Besucher aus dem Nachbarbundesland zum Shoppen nach Osnabrück kommen. Welche Aktionen dort geplant sind, hörst du im Audiosnack. Bevor wir zu den regionalen News kommen, hier noch ein Hinweis. In diesem Jahr werden die Uhren in der Nacht von Samstag 30. Oktober auf Sonntag 31. Oktober um 3 Uhr um eine Stunde zurückgestellt. Das heißt im Klartext, du kannst eine Stunde länger schlafen. Und nun zum Newsblog, Osnabrück. Seit Anfang Oktober ist die Möserstraße auf dem Abschnitt zwischen Wittekindstraße und Georgstraße gesperrt, weil die Abbrucharbeiten für das Megawohnprojekt des Meppner Investors Pro Urban besondere Vorsicht erfordern. Nur an den Freitagnachmittagen und an den Samstagen wurde die Sperrung aufgehoben, um die Zufahrt zum L&T Parkhaus zu erleichtern. Ursprünglich war geplant, die Möserstraße schon Anfang dieser Woche wieder freizugeben. Nach Auskunft von Stadtsprecher Simon von Stein wurde der Firma aber eine Verlängerung zugestanden. Spätestens am Freitag, 29. Oktober um 18 Uhr werde es aber definitiv wieder freie Fahrt geben. Emsland Der Corona-Schutz in den Lingener Schulen und Kitas wird verbessert. Die ersten stationären Raumlüftungsanlagen werden derzeit eingebaut. In den ersten Klassenräumen der Grundschule Brückbern und der benachbarten Karloffschule stehen gut zwei Meter hohe und rund ein Meter breite Kästen an der Wand. Über Bohrungen im Mauerwerk oder durch eine im Oberlicht der Fenster eingesetzte Holzplatte führen zwei dicke Rohre nach draußen. Insgesamt werden 240 solcher Anlagen installiert. Zum Schwerpunkt Einkaufen und Bummeln Tausende Westfalen dürften am kommenden Montag nach Osnabrück strömen, wenn in NRW die Geschäfte geschlossen bleiben. Im vergangenen Jahr fiel Allerheiligen auf einen Sonntag, da waren auch in Niedersachsen alle Läden geschlossen. Doch in diesem Jahr wird der sogenannte Große Westfalen-Tag wieder stattfinden. Sehr zur Freude der Händler und der Marketing Osnabrück Wir hoffen, dass die Stadt wieder voll wird und die Menschen das Einkaufen vor Ort genießen können, sagt Marketingsprecherin Franziska Gehr. Die Westfalen-Tage zählen in der Regel zu den stärksten Tagen für den Handel der Hasestadt. Kein Wunder also, dass das Shopping-Highlight im angrenzenden Münsterland und Ostwestfalen extra beworben wird. Auch Mechthild Möllenkamp, Präsidentin des Handels- und Dienstleistungsverbandes Osnabrück-Emsland, blickt optimistisch auf den Montag. Auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dass die Parkhäuser voll sein werden und wir ähnlich viele Gäste haben wie vor Corona, sagt sie. Neben diversen Rabattaktionen in den einzelnen Geschäften gibt es am Westfalen-Tag auch Live-Musik an der Kamp-Promenade. Geöffnet sind die Geschäfte in der Regel ab 10 Uhr. In den Geschäften gilt aber natürlich weiterhin die Maskenpflicht. Das waren die wichtigsten Nachrichten aus deiner Region, Stand 17 Uhr. Mehr Infos findest du auf noz.de slash audiosnack.